Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, ich habe eine kleine Planänderung vorgenommen. Wir sind noch nicht bei dem Paladin, weil... Ja, wir müssen nämlich zuerst noch hier hin, denn die Leute hier werden ganz schön böse angegriffen und die werden wir jetzt da befreien. Jo. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich glaube schon. Ja, normal dürfte er nichts Gröberes uns aufhalten können. Hoffentlich. Ja, Hancock ist wieder dabei. Paladin Dance hat sich verabschiedet. Der ist ja im letzten Part wieder zurück auf sein geliebtes Paladinschiff, also Luftschiff, gegangen, mitsamt unserem Krempel. Kann der Wahl eh drauf aufpassen. Äh, hallo. Mit dem Schutz der Leute kann man viele Kronkorken verdienen. Ja. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Äh, ja. Mit wem darf ich da sprechen? Da hinten vielleicht? Nein. Ja, warten da nicht irgend... Ach, da unten. Vielleicht. Hallo? Ich muss dem Marken sprechen. Futsch. Gibt's ja nicht. Der war doch gerade irgendwo... Hey. Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Rat ist kostenlos. Okay. Was steht zum Verkauf? Was für Sachen hast du denn? Ich verkaufe Rüstungen für die Leute vom alten Stockton, außerhalb von Bunker Hill. Ich verkaufe klugen Ödländern seit Jahren Rüstungen. Die Dummen gehen hier mit leeren Händen weg. Aber sie bleiben nicht lange dumm, wenn du weißt, was ich meine. Na klar, weil sie dann verreckt sind. Klar. Ich schaue mal, was du hast. Meine Preise sind final. Falschen bereitet mir Kopfschmerzen. Jo. Äh. Keine Ahnung. Ich habe jetzt zwar eigentlich nichts da, was ich dem Kerl verkaufen könnte. Ich wollte nur mal so reinklubschen. Ich habe mir eingebildet, dass die hier Hilfe brauchen, aber da habe ich mich scheinbar grob getäuscht. Ja. Bleib auf den Straßen. Dann ist deine Überlebenschance größer. Ja. Ich suchte jetzt nur die Person, der wir hier helfen sollen, weil es stand, dass hier die Leute bedroht werden. Also ich habe da so eine Mitteilung bekommen, ne. Aber in Wirklichkeit ist da nichts. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nichts da, das ich könnte zum Schutz oder so bauen. Materialmäßig, glaube ich, habe ich nie was. Nö, da fällt mir ein Haufen Stahl. Wobei, ich könnte es bei dem Händler da vorne kaufen. Dass ich wenigstens so eine Schussanlage habe, ne. Hallo. Ja, hör auf zu quatschen und handeln mit mir. Ich nehme... Ja. La, la, jetzt komm. Ich will das bisschen Stahl haben, was du da hast. Irgendwas... Ich bräuchte nur drei Stück Stahl. Hast du vielleicht zufällig irgendwas außer diesen... Nein. Dann müsste ich echt die volle Ladung hier kaufen. Puh, was soll's. So, viertig. Dann bauen wir schnell... In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einige alle töten wollen. Okay, das geht überhaupt nicht. Passt, dann bauen wir eben das da hin. Irgendwo, ich würde sagen... ...bauen wir es vielleicht so hin. Und stellen... Und stellen... Äh, nein. Und stellen... Was weiß ich... Nächste... Na, ist da irgendjemand? Du da. Achso, da tut's. Aha. Er würde es dann hier überhaupt jemanden geben, der nicht gerade... ...arbeitet? Nö, die sind ja alle... ...beschäftigt. Ja, ist mir jetzt eigentlich wurscht. Das sind jetzt nur Karawanenleute, ne? Schön, die Donne rollt auch weg. Ich hoffe, das klappt. Passt, Schutz und das haben wir. Und jetzt hauen wir ab. Äh, also rauf zu den Paladin. Keine Ahnung, warum... Da gibt's keinen Kampf. Ich hoffe, die sind jetzt so geschützt, dass wir Ruhe haben. Wir gehen gleich rauf zum Paladinschiffchen und starten Bericht. Ganz komisch. Also bei mir stand da gerade vorher als Mitteilung, ja, dass... ...dass die Siedlung gerade so noch durchhält, dass sie schon ordentlich Schaden genommen hat und so weiter. Und da dachte ich mir, das mach ich jetzt ganz schnell. Ich hab mit einem Angriff gerechnet, aber... ...puh, irgendwie ist da... ...nix. Wurscht. Zu essen haben sie eh genug. Jetzt haben sie auch genug Schutz. Ich hoffe, dass das so passt. Wir gehen auf jeden Fall Bericht erstatten. So, rein da. Ja. Mhm. Schön Bericht erstatten. Äh, hoppala. Darüber bitte. Tap, 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 tap. Und zwar zum Wechseln. Servus. Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Schon, gell? Fort Strong nach Wien. Sarkastisch für die Bruderschaft. Es war nicht das Institut für die Bruderschaft? Es war eine Ehre für die Bruderschaft zu kämpfen. Es freut mich, dass Sie das so sehen. Denn unsere Mission hat gerade erst begonnen. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Verti-Bird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Verti-Bird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Cool. Mehr Granaten? Mir im Kampf helfen. Danke. Könnte eine Kronkorken gebrauchen. Alter, er auch, aber danke. Danke, Ältester. Ich werde Sie gut einsetzen. Das erwarte ich. Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealth. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Sins in Verbindung stehen müssen, ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Wupp, 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 Stufe aufgestiegen. Supi. Na, großartig. Reaktor bei 100% Effizienz. Ja. Entschuldigung, Ältester Maxen. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Sins in Verbindung stehen müssen, ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Zurück, nachdem du das Signal-Dings abgehört hast. Oder wie. Äh, da? Oder muss jetzt wo Bestimmtes hin? Wupp, hören wir mal Radio. Wort, Militär, Siedlung. Daten. Nachricht von Vortech. Ah, Volt 88 müssen wir auch noch machen. Jawohl. Ah, da haben wir, boah, da haben wir Sachen zu machen. Na, Fisch. Äh, gut. Ja, was nun? Was nun? Ich würde sagen, wir gehen die nächste Siedlung befreien. Machen wir mal sowas inzwischen. 4D. Also, äh, würde ich mal vorschlagen. So. Die armen Leute befreien. Dann haben wir wieder einige Siedlungen mehr, die wir beschützen dürfen. Ja. Wieso versagen? Das ist ja perfekt. Das sind ja die perfekten Soldaten eigentlich. Halten viel aus. Na? Ich will da hinborden. Ach so, das geht noch nicht. Dann bitte hier hin. Und dann dorthin laufen. Ähm, wie gesagt, das sind die besten Soldaten, die man eigentlich militärisch gesehen einsetzen kann. Die halten viel aus, stellen keine Fragen, sind dumm wie Holz und sind aufs Morden aus. Also bitte, was willst du mehr? Und mit einfachen Zettelchen, ähm, können sie auch Befehle befolgen. So. Es regnet schon wieder. Und wir müssen hier lang. Bau, bau, bau. Wir werden mal ein bisschen sprinten, damit es schneller geht. Ah, lehob. Theoretisch. Warte mal. Haut das Ding jetzt wirklich hin? Fällt das? Wo fällt die Verses? Na, oder echt? Weiß ich gar nicht. Ähm. Nee. Hm. 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 Ähm. Hm. Das wird mir da nichts bringen, denke ich mal. So, laufe mal hin. Ich wollte jetzt testen, ob wir mit dem Hubschrauber da vielleicht eventuell hinkönnten. Ah, wahrscheinlich nicht. Lieber Meter. Müssen wir theoretisch so auch schaffen. Subi. Neues Gebiet entdeckt. Eine Siedlung. Die haben echt mal ein Haus. Was ist denn das da für ein verrates Ding? Eine Badewanne steht da, weil nicht ein Bett oder so, ne? Na. Da wäre es erst... Ach so, da ist eine kleine Hütte. Okay, ja. Okay. Aber dicht ist auch was anderes. Servus. Ja. Problem? Klar. Minutemen. Komm zur Sache. Nö, klar. Sag mir einfach, was los ist. Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistelt. Und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn noch mehr draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Anwesend. Häufig, Ghule. Wir werden sehen. Ich kümmere mich drum. Ja, freilich. Ich bin dran. Ist so gut wie erledigt. Ich bin froh, dass wir sie endlich los sind. Ja, sicher. Gut. Äh, wo muss ich lang? Wo darf ich lang? Darüber. Töte die Ghule. Jawohl. Okay, das ist jetzt nicht allzu weit von uns hier entfernt. Also einfach da lang. Da könnte ich theoretisch wieder ein bisschen sprinten. Ah. Ein Geschützedurm. Bam. Das war's mit dem Geschützturm. Was haben wir da? Noch so ein Geschützturm. Okay. Passt. Der ist auch erledigt. So. Wieder nachladen. Dann. Ja. Ein Trainingsgelände. Äh. Da haben wir schon so ein cool Dings. Ja. Super getroffen. Ja. Wir sind nicht allein. So ist es auch. Und zack. Nachladen. Wo sind die Nächsten? Hm? Ah. Da oben ist wieder so ein Geschützturm. Wer wollte erst hin? Wo kommt wer? Ist es schon wieder ruhig? Wer soll denn da kommen? So. Du Kack-Ghul. Jo. Ähm. Wo war der Zweite? Hm. Piep. Da ist nur einer. Wo ist der Zweite? Ist ja wurscht. Und ähm. Jo. Dann eben da rüber. Aber ich müsste ja eigentlich da drüben noch looten. Warte mal. Warte mal. Da müsste doch hoffentlich irgendwas so ein Metall drum runter gefallen sein. Ja. Ja. Dann noch da rüber. Splittermine. Mhm. Da ist es und rum. Jawohl. Aha. Und hier und so kommt man nicht... Kommt man rein? Okay. Hier sollte man reinkommen. Aha. Aha. Hier vielleicht? Nein. Dann wird das hier der Ausgang sein. Nehme ich mal stark an. Alles klar. Dann schauen wir noch hier rauf. Hm. Meister. Ach. Verdammt. So. Aha. Mhm. Ja. Schon... Mhm. Schon besser. Jetzt vielleicht? Yes. Das wär's. Super. Aha. Wo kommen wir da jetzt hin? Ist das jetzt ein... Verdammt. Hier steckt eine ganze Menge Wissen drin. Ja. Pass bloß auf, wo du hinlatscht grad, Hancock. Das... Ist grad nicht so klasse. Wow. Geh mir alles den Weg da mal. So. Oh, ähm. Hab ich was erwischt? Oh, da ist ne Powerrüstung drin. Was bist denn du für... ...derwischt hab ich ihn aber. Puh. Super. Ich geh trotzdem mal zuerst das hier ausräumen. Oh, schau mal, wer wir da haben. Oh. So. Das war's mit dem. Der hat's überstanden. Schön. Da haben wir auch ein paar Pillar-Zeugs. Haufenweise Werkbänke. Jawohl. Großartig. Aha. Nein, nicht ganz. Jawohl. Cool. Supi. Nehmen wir alles mit. Da ist auch noch was. Dann würde ich sagen, gehen wir hacken. Für Einstieger. Was nehmen wir denn da? Nein. 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 Mist, verdammter. So ein Dreck. Hallo. Wo läufst du hin? Super. Puh. Hm. Na, fühlst du? Zoom. N. Na, wo ist er hin? Lol. Äh. Jetzt habe ich die... ...nix erwischt. Alter. Nein, nicht sowas. Das da. Das hilft nix. Man kann da nicht durchschießen. Ist ganz logisch. Warum soll das auch durch Gitter schießen können? Treffen können, sollte ich sagen. Ja. Ach, jo. Ja, voll Pfeffer. Und bitte... Ja, bla, bla. Steuerung, ja. Öffnen. Passt. So, Achtung. Wo bist du denn? Vertrockneter Wichter. Au. Du Sauviech. Du Dreck. Du kriegst... Ach, alter Schwede. Hallo. So ein Saukern. Ein Hocker. Der Vorschlaghammer. Jawohl. Das nehmen wir auch mit. Schraubenzieher auch. X01. Powerrüstung und so weiter. Hm. Das wäre echt nicht schlecht mitzunehmen. Aber da müsste ich jetzt wieder hin und her borten. Wie blöd. Ich werde mir hier eine kleine Notiz schreiben. Ja, genau. Ich werde mir hier eine kleine Notiz schreiben. Ähm. Und werde die Powerrüstung dann einfach ein bisschen später abholen gehen. Ähm. Wenn sie wieder nicht zuschaut. Jo, ich denke, das ist eine schlaue Idee. Ich hoffe es halt. Ich hoffe es mal, dass es schlau ist. Und würde sagen, wir gehen weiter. So. Äh. Warte mal. Und zwar. Und zwar. Äh. Ja. Jetzt brauche ich noch einen Zettel. Wäre nicht schlecht. Ein Momentchen. So schön unorganisiert. Ja, ja. Ja, ja. Meine Stärke ist das. Äh. Ich würde sagen, hier schreibe ich das mal hin. Also, Powerrüstung in oder am Trainingsgelände der Nationalgarde. Perfekt. Dann können wir die holen gehen. Oder ich werde sie mal holen gehen, wenn ihr nicht zuschaut. Und ähm. Passt. Würde ich sagen. Ist, glaube ich, gut so. Passt. Ihr raus da. Und raus da. Jawohl, ja. So, dann gehen wir schnell in den Dungeon rein. Und fangen wir zumindest schon mal an. Vielleicht ist es ja ein Mini Dungeon. Dort. Wechsel. W Hass. Wif, wif, w Yes. Aber, aber. Wie kommt da jetzt in so ein Kak, Kak, Kak? Kak Quachbott hierher. Alter. Alter. Mich trifft du noch mal der Schlag. Der Kruze fix drauf da. Herrschaftszeiten. Dann wird er jetzt wohl nicht draufkommen, oder? Na, aber schießen kann er wie ein Depp. Puh. Alter Schwede. Na, wo ist denn jetzt hin? Kackbott? Es darf hier nicht wahr sein. Wo bist denn du jetzt, du Arschloch? Status ruht. Bereichskontrolle wird fortgesetzt. Na, es ist ihnen nicht zu glauben. Alter, hab ich mich jetzt erschreckt. Du blöder Scheißbot. Ja, wo bist du denn? Trottel? Ah, da, schau. Na, schau mal. Da ist sich reingeglitscht, der Trottel. Oder auch nicht reingeglitscht. Puh. Triff ich ihn überhaupt? Ich glaub nicht, ne? So ein Scheißdreck. Boah, ey, das macht dir fast gar kein Damage. Na, super, ey. So ein Dreck. Diese Wachbots sind aber auch was lästiges. Machst du einfach nur die Tür auf und kriegst Scheine drüber gezwiebelt, ne? Scheißding, echt. Ah, immer schön fester drauf. Alter. Spinst? Scheißkerl. Ah, hin bist. Mistfiech. Ist es immer schön, wenn sowas explodiert, echt. Gleich mal was essen. Ja, brenn mal schön. Alter Schalter, echt. Na. Puh. Wo kam der denn bitte schon wieder her? Ist ja nicht zu glauben, sowas. So. Mal da rauf spazieren. Haben wir hier oben noch irgendwas? Nicht wirklich, ne? Upsala. Da drüben. Zufällig. Na, komm. Äh, auch ruck. Nein. So, von da drüben her sind wir jetzt gekommen. Es wäre gut, den Dungeon-Eingang noch schnell zu finden. Ja, sicher. So geht's auch. Kack, dein Ding Elendiges. Schaust einmal nicht am Boden, ist schon wieder gefällt. Was haben wir hier Schönes? Ja, Kleinigkeit eigentlich. Nichts weltbewegendes, aber es ist schade, liegen zu lassen. Oh. Gut. So, das hätten wir auch. Ähm. Wo muss ich denn da nochmal irgendwo, ne? Ja, ja. Da. Da passt schon. So, das nehmen wir mit. Okay, ne Fahne. Oh, oh. Na, das geht natürlich schärfen. Ich komm da nicht hin. Keine Chance. Das nächste Mal mach ich sie kaputt. So, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Bau, 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 bau. Und ich würde mal meinen, ich mach wieder Licht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich über das Schweins-mäßig überladen sein. Du, die, du. Ich, Idiot. Alter, der Hancock, ne? Jetzt wäre schon gedacht, eine ganze Armee von, von wilden Ghulen stürmt auf mich zu. Nein, das ist nur Hancock. Dass es schon wieder Vollgas gibt. Der Gute. Aber, es lebt. Boom, hat's gemacht. Habe ich jetzt gezogen. Der Deichsel. Alter, alter Schwede. Puh. Alter. Der ist mir gerade voll angesprungen, ey. Hallo, spinnst du? Du Saufviech. Wir sind ja zu glaubbar. So viele, hey, hört auf. Ein legendärer, nämlich Anno. Au. Äh, Hancock? Hättest du vielleicht die Güte mir zu helfen? Ich glaube, ich triff gar nichts. Hörst du jetzt einmal auf, du scheiß Viech? Ja, triff mal was, ne? Alter. Bestonarisch. Puh. Puh. Entschuldigung, gerade nicht gesehen, was ich gelootet habe. Lauter. Puh. Weißt du was? Da wirst du nicht unbedingt alt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hancock, mein bester. Wo bist du denn eigentlich? Was? Der ist auch erledigt. Ja, da kannst du schon festhalten. Das ist schurscht. Ist der von da oben runtergesprungen, glaube ich. Puh. Na, servus. Alter Schwede. Können mich nicht so erschrecken, die Deppen. Ah. Alter. Na. Na. Irgendwann kann es mir auch mal passieren wahrscheinlich, dass ich komplett aus Versehen mal einen Hancock erschieße. Wo ist er denn überhaupt? Willy? Na ja. Ich gehe jedenfalls mal hacken. Zumindest probieren. Mal schauen, ob wir da rein dürfen. Alter Schwede. Entschuldigung, falls ich euch gerade erschreckt habe. Es tut mir leid, aber ich habe mich gerade echt... Ich habe mich erschrocken. Aber nur ein bisschen. Nein. 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 Cool. Ja. Alle guten Dinge sind vier. Sicherheitstüren. Öffnen. Perfekt. Dankeschön. Ich glaube, das ist eh schon das, was wir draußen gesehen haben. Alter Schalter. Gehen wir mal raus. Da dürfte jetzt das zweite Terminal sein, wo sich wahrscheinlich die Tür nach außen öffnen wird. Denke ich mal. Ja. Oder? Nicht ganz. Na, Hancock. Ich wusste es. Ich werde mich von ihm erschrecken. Ja, ja. Da haben wir schon wieder was. Spaß. Alter Schwede. Na, Hancock. Ich sag dir was. Da wirst du auf Dauer nicht alt. Aha. Da geht es überhaupt weiter. Ups, das wollte ich nicht. Kaserne. 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 Alter. Da gibt es ja noch mehr. Solltest du dich mal von etwas Beute trennen. Bin ich schon überladen? Dann komm her, mein Freund. Ja, nimm mir was ab, bitte. Ja, Erlöser. Das kann ich auch bald brauchen, ehrlich. Na, super. So, dann würde ich sagen, der kommt auch rein. Raketenwerfer würde ich sagen, kann er auch daweil haben. Ja. 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 Aha, na, das ist schon beschädigt, dass wir ihn nicht hergeben. Das müssen wir reparieren bei passender Gelegenheit. Und natürlich alles, was geht an Schrott, mein guter Hancock. Okay, Hancock ist voll. Passt. Danke, Kumpel. Na, hör mir auf. Ein Antikaklobus. Jawohl, das nehmen wir alles mit. Eine Dose. Was ist das da unten? Ah, ja. Genau. Da haben wir auch noch was. Das müsste passen. Oh ja. Dann hier noch rauf. Ja, und von da oben ist der Mr. Legendary runtergesprungen und hat mich erschreckt. Ja, der hat noch Zuckungen. Also den, seine Nerven gehen auch mit ihm durch. Ganz offensichtlich. So, das nehmen wir auch alles mit. Das und das auch. Und hier auch. Erkennungsmarken. Jawohl. Patrönchen. Schau, wie viele technische Dokumente wir hier haben, ne? Da können wir uns ordentlich was dazu verdienen. Eigentlich. Das ist ja echt total supi. So, dann wieder hier raus. Langsam. Puh. Dann optimalerweise. Ja, supi. Geschafft. Ein beherzter Sprung. Ob wir hier Zigaretten. Ein Passwort. Gut, dass ich hier nochmal herschaue. Aha, ein Rollstuhl. Dann ist der arme Kerl scheinbar im Rollstuhl. Na ja, arm. Der Kerl ist halt dann im Rollstuhl gesessen. Nur weil man eine Behinderung hat. Körperlich oder geistig. Ist ja wurscht. Okay, wobei geistig ist doch schon etwas schlimmer. Aber wenn man eine körperliche Behinderung hat, deshalb ist man jetzt halt eigentlich arm oder hilflos oder so, ne? Ja. Husch. Runter mit dir. Na schau. Husch. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder runter. Und jetzt können wir durchgehen. Ich glaube, hier drin. Da war ich noch nicht drin. Puh, dein Raum hätte ich fast übersehen. Übersehen. Aha. Und wen haben wir da? Rita Estlin. Holuband. Aha. Das wäre dann gut abhören. Notrufsender. Spitze. Die Arme. Dann würde ich sagen, wir hören uns das gleich mal an, ne? Äh, Radio. Sollte eigentlich gehen, oder? Oder nicht? Dann halt nicht. Ich dachte, es geht so. Ach so, da brauche ich... Na, normal müsste es schon gehen. Ist überrascht. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. So. Gott sei... Boah, irgendwie habe ich mir das Gefühl, das lebt alles noch da. Da, schau mal. Ich bin total... ...geschlampert beim Schauen. So. Aber jetzt da. Am Klo war ich ja, ne? Ja. Wenigstens das habe ich hinbekommen. Na gut, dann gehen wir hier rein wieder. Also, da rein. Ach, ja. Einfach nur großartig. Gut, hier haben wir schon alles sauber gemacht. Ich werde schnell noch was essen. Und dann gehen wir da rein. Der Part ist ja auch gleich zu Ende, wie ich sehe. Wieder einmal. Leider Gottes. Die Zeit vergeht einfach viel zu schnell. Und hier soll es weitergehen. Jaja. Man hört's. Cool, ey. Da ist er schon. Ein Blüderer, du. So, Hancock. Mach was. Die halten das aus. Das taugt mir aber gar nicht. Puh. Na, großartig. Da ist noch einer. Ja, der hat's dafür nicht mehr geschafft. Noch so ein Spezi? Oder haben wir jetzt endlich mal Ruhe? Ich lad mal nach. Schaut gut aus. Dass wir jetzt Ruhe haben, meine ich. Ich muss wieder Licht einschalten. Da ist noch einer. Kann ich nicht wahr sein, oder? Puh. Alter, du Scheißkerl. Ich muss mal kurz ins Inventar klubschen. Und zwar bei den Hilfsmittelchen. Wir haben ja so viel zu essen. Ich werde mal das saufen. Und wir haben ja so viel zu essen dabei. Ich werde das jetzt mal auf Quee und auf Acht legen. So, ist gut. Nein, nicht so. Passt. Und, ähm... Jo, der Part für heute ist auch wieder zu Ende. Na gut. Haben wir das Ganze jetzt schon ein bisschen abenteuerlich wieder beendet, sozusagen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.